Willkommen zurück zu War of the Chosen. Wir sind hier bei der Dingenskirchens. Es saß schon. Extraktion beim Hinnerhalt. Und es ist ziemlich weit. Hier ist ein Häuser. Du gehst mir irgendwie daneben an den Rand. Am Rand lang an den Häuser. Aber was jetzt zuerst kommt, ist eine Patrouille. Das hier ist ein Dings. Auch Martin, nicht hierhin habe ich mich verklickt. Verdammte Axt. Nee, Dingenskirchens. Verstärkung von denen. Oder? Jetzt, okay, alles klar. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Die wird ich sahen. Wir registrieren Advent-Truppen, die sich ihrer Position nähern. Wenn wir die sahen, gucken wir, dass wir die mal erst mal ausschalten. Da haben wir nämlich ein bisschen mit Luft. Das sind nur... Nur aus dem Rhein. Beziehungsweise normale. Wenn wir jetzt energiieren können, das wäre super. Dann kriegen wir, denke ich, alle gar kaputt. Oh, wow. Daniel macht das schon. Genial. Er ist ja der Große von denen. Wow. Echt schade, der lädt noch. Was ist das für Hoshi? Das sind Fortschrittliche. Äh, das war nicht so geplant, Jungs. 89. Und er killt den nicht ganz. Ähm... Ronny, du mischst eigentlich, Mann. Du bist auch so, Anna. Daniel, wie weit komisch und du... 99%. Ah, die kill ich nicht ganz. Verdammt. Ich könnte eigentlich eine Granatwunderfall lösen. Hier kommen den E-Chosen, die machen eigentlich keine so Angst. Ich nehme den Veränderinnen mal eh weg. Ich rufe Geschiss. Ähm... Martin... 78. Ja, hab komm. Yo, super. Daniel, meine Nieder. Okay. Willst du noch mehr? Willst du noch mehr? Oh, Mann. Ja, das sind ja viel Fehler, alles klar. Ah. Okay. Ähm... Nähere mich der Zielposition. 56. 56. Kannst du nicht? Nee, kann schon nicht. Daniel, was ist mit dir? Kannst grad zu, aber ich würde... Hat das nur verloren, ne? Das sind, ähm... Ja, ja, okay. Alles klar, warte mal. Ist der Läufer dabei? Rück aus! Hm. Schon unterwegs! Müssen wir so hinkriegen. Dann kommen wir bestefalls an uns ran und dann haben wir, äh, ja, haben wir es leichter. Zum Beispiel mit dem 100% hier. Ah, Martin ist es. 93 nur. So, wie viel hast du? 85. Komm, Daniel. So, warte mal. Nein! Oh. Das ist echt... Total verpeilt, dass er kein Muni mehr hat. Okay, ähm... Befehl bestätigt. So. Okay. Gut. Roni, die mal hier rin. Martin, jetzt... Aber flott. Daniel. Ich bin unterwegs. Die Zeitverdosen-Lade. Kommt sie erst mal mit. Bestätigt. Überwachung läuft. Na, okay, okay. Was können wir mal machen? Das ist noch nicht so viel. Genau, ab geht's, Daniel. Halmut Ruff. So. Martin, könnte man nur lade? Ich bin bereit. Woher kommen diese Geräusche? Das freu ich mich an. Okay. Muss. Das war nicht so... Äh, hallo. Nein. Das war nicht so geplant. Jungs. Also, das ist jetzt... Also, das ist jetzt einfach unhöflich. Hab ihn erwischt. So. Komm, wo ich die Roni noch ein bisschen nützlich mache. Bin unterwegs. Bestätigter Abschuss. Boah. Ich habe aber schon gedacht, dass der vorbeischießt. Okay, sehr schön. Jetzt kannst du gerade nochmal nochmal laden. Daniel laden auch noch. Und warte mal, wir gehen dann... Ja, ja. Daniel... Wir müssen... Daniel geht sich erst mal so unhandelt. Guck mal, was du so siehst. Das ist schon mal gut. Dann könnte Roni schon mal hierher. Und Martin... Guck mal hierher. So, Daniel. Und los geht's. So, mir nehmen wir natürlich wieder die Häuser. Ja, Daniel. Alles gut. Alles gut. So, bis die Action müssen wir beweisen. Ja, kann ja nicht ohne. Ja, man sieht viel bei der Kamera an. Achtung, hab Aktivität. Regen, wir endlich los. So, dann tun wir uns am Besten mal komplett hier positionieren. Bin gleich da. Damit wir beim nächsten Motto auch drauf kommen. Gut. Und dann haben wir es wahrscheinlich... Ne, wir müssen noch durch das Dorrgebäude. Durch hinten rum am Böschte. Lieber kleiner Umwegmacher. Gebe Feuerschutz. Da bewegt sich was. Weil auf Advent will ich nicht unbedingt treffen. Ja, da ist doch schon einer. Bin ihr denn ein Soldat? Bitte kloppe. Oh, nee. Oh, hallo. Ha. Ohne. Aber der Ronny ist so schnell vorbei, das hat er gar nicht mitgekriegt. Ne, Mist hat er mitgekriegt. Aber ja, jetzt. Mach schon du jetzt. Das ist jetzt uncool, warte mal. Ähm. Genug erwartet. Warte mal. Kannst du bis ich runterfalle. Ja. Da war es doch eben. Okay. Alles klar. War nett, dass der auf uns schießt. Also das wäre völlig uncool. Die, ähm, Dings. Was soll ich mit Daniel da unten angehen? Okay, einer weniger. Fein. So, Ronny. Das sind noch diverse Zwoer, die du killst. der Mensch. Bestätigter Abschuss. Ziel ausgeschaltet. Abschuss bestätigt. Daniel. Geh nicht mit dir, du ohne Ahnung. Nimm mir viel, aber du würd' ich halt echt gärer. Ich geh mal gucken. So ein bisschen gierig bin ich ja schon. Muss ich ja zugeben. Das hab ich befürchtet. Nein. Muss besser zielen. Ähm, was ist denn das? Er hat vier. So, warte mal. Ziehe los. Die Pistole ist das bestimmt unkohl. Warte mal, da hab ich ne flankiert. Warte mal. Die war schon Granat. Was sind schon so verlust. So. Kommt von ihm. Yes. Okay, das müsste jetzt theoretisch eigentlich alles gewesen sein. Was dann Edmund da rumkriegt und fürcht. Ähm, Daniel, ne, äh, Adra. Moment, Daniel. Magazinerwärterung, ja, okay, gut. Die haben wir da. Ähm, ja, da kann ich auch die Richtung gehen. Ich guck mal, ob der Ronny ein bisschen was killen kann. Nee, mit dem Quer hat er's nicht so. Probier mal einfach mal daneben. Na, kann man nichts machen. okay, nicht erwischt. Knapp. Okay, Daniel, dem Qual das Godur. Okay, ähm, wenn du es kennst, mit zwei Level dabei. Ah, Ronny, super. Na, Ronny, Endes 60, guck mal morgen. Wow, also die Niedrigidur, die Laie, auch viel besser. nachgeladen. 86, gäbe man noch einwandfrei. Okay, Martin, dann komm halt runter. Auch Martin, 93. Unglaublich. So, nachladen. Gut. Brücke zur Zielposition vor. Ähm, Martin, du monolade. Bin wir hier in Deckung. Daniel. Ähm, ne, 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 ne. Ich hatte doch ein bisschen Panik, dass doch noch irgendwo etwa ein Soldat ist. Wenn ich ein Dennerin renne, dann Ronny. Ronny. Okay. Gut bei. Daniel. Oh, ein Zweiter. Oh, ne, ich, ja, ich wusste, ich wusste doch. Verdammte Axt. Ähm, Martin. Nein. Ne, das lohnt nicht. Feuerschutz A noch. Ah, alles klar. Wart, das kann man die Lust aber gut gebrauchen. So, was ist, Trigger von Feuerschutz von Edwin. Ziel verfehlt. So, prüfen wir mal. Ronny. Ronny kann raus. Ah, der Martin kann nicht raus. Verdammte Axt. Ähm. Rücke zu Zielkoordinaten vor. So, warte mal. Endlich. Okay, erst mal clean, was man können. Willst du noch mehr? Du warst kein Gegner für mich. Noch einer. Macht jemand Striche? Brauche Munition. So. Willst du noch mehr? Bin leergeschossen. Verdammt, das ist schlecht. Ich rücke aus. Ronny killt er, ne? Sehr schön. Feind neutralisiert. Ja, okay. Ich kann kill, aber ich kann zumindest schon mal anfangen. Martin. Hopp, Martin. Es wäre wichtig. Nein. Martin. Ach, nee. Ja, super. Super. Ronny, hast du doch 100%. Ja, hasche. So. Ach, Martin. Wird gebracht. Wenn ich dich dekadiere könnte, würde ich es machen. Du bist schon ganz unde. Verdammt, du musst noch viel übe. Daniel hat in einer Upgrade mit Martin. aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das müsste, ähm, müsste mir Daniel eigentlich reich werden. Das kann eigentlich nicht so viel Sinn. Ende 30 Stück. Ja, klar. Daniel, der war der höchste. Man of the match. Ärgerlichst, ärgerlichst. Ich bin mal gespannt, wie es ausschaut. Und wir können sogar direkt die nächste Aktion fertig machen. Was sehr geil ist. Die Aliens wissen, wie man einen Planeten in einem Drei Tage, ja, das ist okay. Ja, Ronny, das ist sehr gut. Weil der müsste ab und zu mit dem Rafi und Tour gehen. Oh, der Martin hatte Beförderung, Kritz. Sehr schön. Wir haben eine weitere wertvolle Information über die Außerwelten erhalten. Sie gewinnen meine Leute allmählich für sich, Commander. Und das will was heißen. Die Dinge laufen so gut, dass meine Schnitter neue Befehle entgegennehmen können. So, gucken wir mal, wo wir an das Forschungsdurchbruch. Das ist nicht schlecht. Kampfintelligenz. Okay, Widerstandsbefehl. Naja, das brauche ich nicht. Da brauchen wir Leutnant. Fähigkeitspunkte. Alienbeute. So brauche ich bei dem Donutsetting nicht. Informationsbeschaffung eigentlich eher Aachen. Mir könnte das hier machen. Genau, mir mache das hier. Deutelfraktionsentschluss erhöhe. Was ist das so? Sergeant. Jasmin. Nene, du musst mit. Also würde ich sagen, wir haben genug Scharfschütze. Du kannst Mitchell eigentlich mit, oder? Ich würde sagen, Mitchell kann du mit. Das ist, denke ich, okay. Der Martin, nett, weil den müssen wir noch befördere. Der hier kann mit. Das finde ich gut. Dann holen wir uns dann ein Fraktionsbefehl. Ach, der ist Dingenskirchens. Der Einfluss. Ähm, Martin. Eigentlich müsste ich ja was aberkennen. Er war mit dabei und passt. Okay. Ähm, ich will nur kurz gucken, was Sache ist. Ähm, wenn hier noch ein bisschen Zeit, Energie Relays fertig. Sau gut. Nein, 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 das wollte ich nicht machen. Ähm, der Li Ming Ho. Du helfst lieber hier. Braucht momentan Kenner hier drin. Und für die nächste, ähm, was nächste so braucht, brauche ich da auch Kenner drin. Wow. Klaterrüstung ist fertig. Das ist richtig gut. Kampf der Zukunft. Okay, wir können einiges sofort machen. Die Lanzenträger. Pulsklinge und Ionklaus. Sehr schön. Ähm, Purifikator. Das ist, ja, versteckte Unterschicht. Ach, gut. So, Kampf der Zukunft. Was ist denn das? Ach, da müsste ich nochmal vorbeigucken. 30. Die Kosten. Ah, okay. Das finde ich ist nicht so wesentlich. Nee, war das die 10 Tage? Da mache ich lieber die Viperautopsie. Die ist wichtiger momentan. Dann gucken wir mal, ob wir direkt was bauen können. Nein, wir brauchen 60 Legierungen. Nicht ankennen. Ignorieren. Schwarzmarkt. Was mir ja noch 24 Startzeiten können wir es erst mal fertig scannen. Das ist überhaupt kein Problem. Oh, Legierungen. Ich kriege nur Kristalle. Eine fortschrittliche Schaft brauche ich eigentlich gar nicht. Wir können eine Ranger kriegen. Andreas. Warte mal, ich würde sagen, eine fortschrittliche Schaft hole ich auf jeden Fall mal. Das finde ich nämlich gut. Kristalle. Die hole ich auch. Die brauchen wir auf Watzellang auch. Okay, dann können wir leider nichts bauen. Na gut. Dann machen wir hier mal Schluss und beim nächsten Mal gucken wir mal, wie wir hier so weitermachen. Bis dahin dann. Bye, bye. 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 I'm I'm I'm